Willkommen zu einer kleinen Stream-Ankündigung, die habe ich fast vergessen, oh man, am heute, am heute den Montag, deswegen ist es so knapp, am 3.9. heute der Montag, abends um ungefähr 20 Uhr, wenn ich mit allem früh genug fertig werde, spielen wir Bloodborne auf allen drei Kanälen, auf Mixer, auf YouTube, auf Twitch, diesmal habe ich es richtig gesagt, Twitch, nicht Twitcher oder Switch, nein, auf diesen drei Kanälen. Wenn ihr mir helfen wollt, wenn ihr schon mal so ein paar Sound-Samples einwerfen wollt, dann holt euch ein Mixer-Account und dann könnt ihr mit Knöpfchen drücken, eure Mixer-Punkte, eure Mixer-Sparks ausgeben, um Sounds in den Livestream zu bringen. So, wenn ihr darauf Bock habt, dürft ihr machen oder auch die Kommandos und ich habe herausgefunden, wie das Minispiel funktioniert, das Minispiel, wo ich selbst Texte für geschrieben habe, Texte, so, der heißt, der Banküberfall, mit dem könnt ihr nämlich eure Punkte erhöhen oder alle Punkte, die ihr einsetzt, verlieren. Das war der Fehler beim letzten Mal, denn man muss nicht nur Heist eintippen, sondern hinterher auch noch die Menge an Punkten, die man riskieren will, den Einsatz, den man quasi zahlt für den Heist. Haben wir vergessen? Habe ich nicht gewusst. Okay, jetzt weiß ich es. Beim nächsten Mal mit Minispiel im Chat, und zwar im Twitch-Chat oder auch im YouTube-Chat, da könnt ihr diesen Heist starten, um eure Punkte zu erhöhen. Viel Spaß dabei. Bis dann um 20 Uhr mit Bloodborne. Macht's gut. Ciao, bye-bye. Euer Gonzo.